Ja, das ist mein Einkauf heute. Ich habe also hier ein paar Brotschen gekauft und Hörnchen. Ich habe in letzter Zeit so großen Brothunger. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ganze Jahr habe ich kein Brot gegessen, aber jetzt in letzter Zeit im November, Ende November, habe ich so einen vermehrten Brothunger. Ja, dann habe ich Spaghetti gekauft, diese Vollkornspaghetti und dann noch Fusini, auch die besseren. Dann habe ich einen Sojadrink gekauft und dazu hier diesen Maisgrieß. Den brauche ich immer hier für die Preiselbeeren. Also ich hatte die Preiselbeeren und Maisgrieß. Maisgrieß, der hält relativ lange bei mir. Ist also auch Bio-Qualität. Maisgrieß brauche ich ein halbes Liter Wasser und dann hier so 125 bis 150 Gramm Maisgrieß rein. Wasser kochen, dann das Maisgrieß rein, rühren und ein bisschen warten und rühren. Und dann ist er fertig und dann kann man den Mais, die Preiselbeeren, darüber geben. Ja und dann noch Kartoffeln. Ich hatte zwar noch Kartoffeln, aber Samstag bringen die manchmal schöne, große. Und so habe ich mir noch schnell den Börtel mit den großen Kartoffeln geholt, weil Montag, Dienstag kommen wieder die kleinen da, die Apfelkartoffeln oder Saatkartoffeln. Die sind eine Zumutung zum Schälen und ich hatte. Deswegen habe ich jetzt diese hier. Ja, das war mal sozusagen mein Einkauf von heute. Vom 1.12.2018. Okay Leute, das war's von hier. Keine Sensation. Einfach echt und authentisch. Okay und tschüss. Das war's von hier.